Ich, der Herr, wandle mich nicht. Ihr Lieben, ich grüße euch zu einer neuen Folge von Morgenmut mit der Losung aus dem Propheten Malachi, Kapitel 3, Vers 6. Gott ändert sich nicht, er wandelt sich nicht, er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit, heißt es in Hebräer 13 von Jesus Christus. Und wenn wir über Gott reden, ist es eine gute Nachricht. Wenn das eine Aussage über einen Menschen wäre, wäre es eine schlechte Nachricht. Ich musste an ein kurzes Fragment bei Bertolt Brecht denken von Herrn K., über den es da viele Geschichten gibt. Da heißt es, ein Mann, der Herrn K. lange nicht gesehen hatte, begrüßte ihn mit den Worten, sie haben sich gar nicht verändert. Oh, sagte Herr K., und er bleichte. Für Menschen ist dieser Wunsch, den man an Geburtstagen oft hört, bleib wie du bist, kein guter Wunsch. Weil wir nicht perfekt sind, weil wir nicht vollkommen sind, weil es nicht gut ist, wenn wir bleiben, wie wir sind. Wir sagen das ja manchmal, Gott liebt dich so, wie du bist, aber er lässt dich nicht, wie du bist. Aber Gott ist vollkommen, er ist rein, er ist heilig, er ist, ich wollte gerade sagen, unverbesserlich. Ja, man kann ihn nicht verbessern, er kann sich nicht verbessern, weil er schon in Perfektion ist. Das ist für uns nicht vorstellbar für ein Beziehungswesen, aber so begegnet uns Gott. Und in Malachi ist tatsächlich dieser Kontrast auch da. Er sagt, ich wandle mich nicht und ihr übrigens auch nicht, ihr seid immer die Kinder eures Vaters Jakob, der ein Betrüger war. Und das ist ein Ruf zur Buße, dann eben doch umzukehren und neue Wege zu gehen. Also es gibt Eigenschaften Gottes, die wir auch anstreben sollen. Also liebend zu sein, gnädig zu sein, gerecht zu sein, uns hinzugeben. Das sind Wesenszüge, die wir bei Gott sehen und die wir nachahmen sollen. Aber es gibt andere Eigenschaften, die eben seine göttliche Größe beschreiben. Wenn wir versuchen, an vielen Orten gleichzeitig zu sein, endet das im Herzinfarkt. Oder wenn wir anstreben, allmächtig zu sein, dann endet das im Größenwahn. Und wenn wir anstreben, uns nicht zu wandeln. Ich will so bleiben, wie ich bin, hieß es mal in der Werbung. Und wir haben dann gesagt, der Teufel flüstert dir ins Ohr, du darfst. Wenn ich das anstrebe, mich nicht zu ändern, dann bleibe ich stecken, da wo Gott mich doch längst weiterführen will. Also wir freuen uns darüber, dass Gott unwandelbar ist, weil er vollkommen ist. Und wir freuen uns, dass Gott ein Gott ist, der uns Veränderungen möglich macht in unserem Leben, in unserem Herzen, in unserem Charakter sogar. Auch über 40, wenn man sagt, da ändert sich der Mensch nicht mehr, ist bei Gott Veränderung möglich durch den Heiligen Geist. Und ja, wie wunderbar, dass Gott auch heute zu den Verheißungen steht, die er vor 2000 oder 3000 Jahren oder länger gegeben hat. Warum? Weil er sich nicht verändert und immer noch treu ist und zu seinem Wort steht. Und so her bete ich dich an als den, der unwandelbar ist, ist unveränderlich, weil er vollkommen ist, rein und heilig und gerecht und die Wahrheit und die Liebe in Person. Danke, Herr, und ich will dir folgen. Ich will mich von dir verändern lassen, immer mehr in dein Bild hinein. Diese Gnade schenkt du mir. Amen.